Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge CREAMS Heute mit My Island Willkommen im Charakter-Editor, wo es meine Mission ist, so gut wie möglich Keanu Reeves nachzubauen So, das erste, was wir machen, ist nicht den Survival Guide zu lesen, sondern auf den Baum mit einem Hammer einzuhauen Oh, er fällt Alles aufsammeln schnell, bevor es mir weggerollt Kann ich die Kleidung auch anziehen? Oh, 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 oh Keanu Jetzt haben wir ein bisschen Flax Was kann ich mit Flax machen? Ein bisschen Pilze Kann ich den auch essen? Ich kann das Bananenblatt nehmen Ich kann jeden Pilz nehmen, außer den Fliegenpilz Jetzt haben wir ein bisschen Ressourcen Dann machen wir Stoff aus Flax Was brauchen wir hier für? Ein Seil Jetzt warten wir erstmal eine halbe Stunde Eine Krabbe Wo ist die Krabbe? Jetzt habe ich eine Krabbe Wie geht's mit meiner Axt? Kann ich damit jetzt Steine hauen? Bekomme ich jetzt mehr Ressourcen oder? Oh, er zersplittet auf magische Weise Jagt die Ziege Dann halt nicht Jetzt wird es dunkel Und wird es ersplittet wieder Wir kochen jetzt die Krabbe Und jetzt regnet so einfach Jetzt habe ich Eisenbahnen Ein Seil brauche ich wieder Dazu brauche ich Flax Jetzt ist kein Flax mehr Flax Was haben wir loben? Squid hört auf Komm, zerplopp Okay Kann ich zu den anderen Inseln schwimmen? Wo ist die Ziege? Er steckt drin Er hoff diese scheiß Ziege zu jagen Ich hab ihn Ich hab's Fleisch So Jetzt Wir haben hier einen Respawn Punkt Ich schaue mal Ob ich auf eine andere Insel komme Oder ob ich dafür ein Floß brauche Da ist ein Orca Barrel Roll Äh Hi Geh mal weg Ich glaub Der Heifer folgt mich Ja Der Heifer folgt mich Okay Der Heifer geht Krokodil Bitte greif mich nicht an Ja gut Dann war's das So viel Spannendes Gibt's zu dem Spiel Auch gar nichts mehr zu sehen Wenn ihr es spielen wollt Das ist in der Beschreibung Und wenn ihr das Video Nicht liked und abonniert Beobachte ich euch auf Toilette Das ist in der Beschreibung Das ist in der Beschreibung Das ist in der Beschreibung So